So Freunde, herzlich willkommen in einem neuen YouTube-Video bei mir, dem Kleinbau und ich darf euch recht herzlich begrüßen hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute haben wir wieder was Neues, Interessantes für euch vorbereitet und zwar haben wir hier, ihr seht das schon, eine ganz normale Schaufel für einen Klinke-Frontlader. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, erstens ein bisschen älter das ganze Ding und zweitens haben wir hier Löcher drinnen. Die kommen von Rostfraß, also Korrosion, die kommen von Arbeiten mit Mist, da ist auch sehr viel Flüssigkeit, das frisst auch ein bisschen. Dann haben wir damit halt auch mal Zaumpfeele reingekloppt und natürlich muss man sowas in den Stand bringen. Wir haben hier einen großen Riss, das heißt ich werde diese Ecke ausflexen, das werde ich hier auf dieser Seite noch nicht so richtig machen. Hier werde ich dann gucken, was ich mache mit diesen ganzen Löchern, wahrscheinlich mit Blech verzieren oder so und da will ich euch heute mal mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.